Eine Sendung ganz im Zeichen der Familie. Dominic Miller, vielen als Gitarrist von Sting bekannt, ist auch ein talentierter Komponist, mit dem Manu Katschi oft zusammengearbeitet hat. Wie auch mit Pino Palladino, für den One Shot Not fast schon ein zweites Zuhause ist. Da versteht es sich von selbst, dass das Widersinn der drei extrem herzlich ausfiel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018